moin moin hallo guten tag dann hier ja ich versuche gerade zum fisch ins kurz zu kommen und bin schon beim fisch im squad ausgeschaltet näher wir sind in keinem kurz kurz erstellen ja komm 1 charlie's court immer zum charlie ja anpassen 90 und ich auch dazu beitreten zu also der medic vom dienst meines zeichens ich versuchte gleich mal ein dirt bikey bike feindliche flagge zu glitschen ja wir lass mich mal vorrollen dann ja ich bin in die flanke ingames sound leister machen sonst versteht und ich kaum ich brauche halt demnächst wahrscheinlich gleich ein pick-up ne ja ich komme ich komme pick-up jetzt bist du hier hinter dir komme ab dafür jetzt müssen sie nur noch die an unsere flagge wiederholen wir werden anvisiert ne das bin ich ach du bist du mit der lenkmumpe sehr schön ich bringe uns ich verpisse mich mal und bringe unsere flagge in die base ja alter ganz geschützt hinter uns hinter uns hinter uns ah scheiße bleib dran bleib dran fuck ich bin tot fuck dein team hat die fahne fallen gelassen ja du hast hier nicht oder nein ich bin ausgestiegen zum rebsen ja dann war klar dass du auch stirbst naja wir haben es probiert ja versuch mach ruh ja gleich nochmal ich werd mal dem heli helfen wenn du ihn dazu bewegen kannst mich abzupicken weiß ich nicht alter warum macht das dinge über 70% schaden das ist ja nimmer feierlich ich bin schon wieder nah bei der feindlichen fahrer die haben unsere die sind gleich in der base um so nachzufangen wo ist er wo ist er ist der zu Fuß unterwegs ja ne auf dem dirtbike na scheiße muss er nicht überfahren oder was ja überfahren ich hätte einfach die fahne klauen sollen ja ich hab mal den ihren t90 äh ihren middlebird abgeschossen ja schön ich hab mich an unsere fahne da ich hab den hier komm her du fixer ach menmo komm stirb ich hab ihm ordentlich was mitgegeben dem dem der unsere fahnen geklaut hat ich kann grad nicht ich muss gegen tank kämpfen ja wir verfolgen ihn zu zweit aber no way alter alter die haben schon drei punkte ja ich muss tank aufgeben da bin ich ja auch ich glaub ich brauch mehr backup wie du weil ich bin zu fuß unterwegs ich auch hallo fisch würdest du dir ein meckchen helfen? nein haaa danke use your mad kid lauf er hat mich erschossen hier keine beleidigen ich wollte noch die spot retzer mitnehmen ja er hat mich erschossen headshot aber ich hab dich noch gerettet ja danke kein dank nötig ich mein ganz ehrlich das war komm lebe du arsch um wieder zu sterben naja dirtbike x dirtbike luftabwehr flagge verteidigen ich bin einfach mehr der defense typ als der offense typ aber irgendeiner muss die flacke holen ja die kommen eh gleich wieder der helikopter ist nämlich schon wieder über die base er wird gleich eine abspringen dann werde ich ihn erschließen wir kämpfen sie auf dem haus rum aber wir konnten wir die fahne holen frage ich mich auch grad naja ich setz euch mal ja klar drecks team machen äh die echt nicht ja weiß vor allem das andere team die haben schon wieder eine in unserer base auch wenn sie ihn eigentlich nicht mehr brauchen weil unsere flagge gerade auf dem weg ist aber ich hab ihn sehr schön also nicht den flaggenträger sondern den der base achso sicher ja was war es für einer weiß ich nicht na der flaggenträger sitzt im tank den Captured and Flex ohne Fahrzeuge mal ganz nett ja auch nur Squatter oder so das ist geil nehmt mich mit ja Fisch mit dir rede ich wo bist du direkt hinter dir hab ich eh verloren ja boah alter oh ihn können wir noch aufs Fressbrett über 600 Punkte gemacht 470 naja aber ich muss sagen das Ribbon sieht gut aus in Gold also auch das normale Ribbon ne 800 Punkte yay und fahrzeuggefährlich ein kill mit botnik haha ja ich hab ein paar für die kampfnarben und für den kampfsanitator gekriegt fahrzeug und heiliger der erde sag mal ich hab schon bestimmt drei little birds mit dem scheiß AA Jeep runter geholt aber noch keinen einzigen stehen drin hä hä aber alle anderen Aufträge funktionieren ganz normal naja komisch es ist EA es ist es ist von DICE es ist DICE ja was würden wir machen DICE hat bisher gute Spiele gemacht es ist ja kein schlechtes Spiel es liegt wahrscheinlich am Battlelog und nicht am Spiel ja und von wem ist das Battlelog keine Ahnung Battleschrott und origin und ii oh ii so ich halte mich dort bei catcher nimm mit nimm mit ich lege mich mit in die Kurve das macht ja was kann ich denn da unten rum mach ich doch setzt zurück Vollgas die Absteigen kann ich nur für wenn es nicht mal so einen kleinen Hand schafft und dann besteht der Hand dagegen gesprungen wenn ich dann auch nicht mehr auffahren wollen wenn wir uns bekommen das macht mir gar nicht ganz ruhig wir haben gleich ihre da hinten ist ein Tank du bleibst drauf sitzen ich bin ran toll renn küm 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 nein ich wurde mir erschossen schicken aaaa scheiße wie er dir ins Hirn geholzt hat Weifer fliegen willst du fliegen? ich mach Bordschütze ja noch Institut ja he ich bin tot aber ich kann bald spawnen da unten ist er Bring mich näher ran! Sag mal, wie viel hält denn der aus? Der will unter der Brücke durch, andere Seite. Ich dreh, ich dreh. Also nein, hab ich nicht, aber ich hol ihn mir. Wo ist er? Na, kampfunfähig ist es. Da ist er, da ist er. Wo, wo, wo? Links von mir, rechts von mir. Du bist bei mir ausgestiegen. Ja. Der hat die feindliche Flagge. Wo ist unsere Flagge? Wo sie es denn dort? Ah, da, eure Flagge. Gib mir Luftdeckung. Ja, ich bin gleich kaputt. Muss aufgeben. Steig aus. Weiße, da kommt ein Tank. Ja. War das doch einer von uns? Alter, die Flagge liegt irgendwo auf so'n komischen Stein rumgekopf, wenn man da rankommt. Bei mir zählst's gerade. Bei mir auch. Ich sitz unter der Brücke. Sitz auf der Brücke. Okay, wir haben's jetzt. Sehr gut, sehr gut. Du hast eine Leiche runtergefallen. Ja, die haben auch gar nicht erwischt. Ich kann leider dein Kit nicht aufheben. Ja, lass. Ich bin eh kein Fan davon, man muss da nicht zurücktauschen kann. Viper! Was, die Viper? Viper ist wieder da, ja. Aber ich bin vorne an der Front. Hier liegt gerade meine Alte rum. Ey, da hat einer eine Spawn bei Kinder der feindlichen Base aufgestellt. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich bin hinter dir. Äh, ich bin ja Squad Leader. Mhm. Kann ich einen Befehl ausgeben? Weiß ich nicht. Nein, kann ich nicht. Ich kann nur feindliche LAB sein. Äh, mein Pionier vom Dienst. Ja. Äh, an uns ist gerade ein Dirtbike vorbei. Das ist mir scheißegal. Ja. Ja, wusstest du, dass du die Dirtbikes mit der Javelin anwesieren kannst? Hab ich vorhin die ganze Zeit mit der Lenkmumpe gemacht. Den solltest du eventuell ausschalten, Pio. Den da? Den Jeep und das LAB. Jeep down. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö da kommt einer da kommt einer kannst du noch hast du es nein hast du nicht er deswegen wir bräuchten noch einen dritten mann am besten auch noch ein Pio was ich muss doch in die Bels um die Flagge zu holen ich hol mir jetzt den Tank und schluss LRV der Viper der Feind hat dreh doch nicht ab wenn ich auf was schieß du Rindvieh unsere Fahne ist auf dem feindlichen Tank ich weiß ich habe ihn schon einmal getroffen mein Pilot ist glaube Epileptiker sehr schön ah man ich bin irgendwo hängen geblieben und reingesprungen dann konnte ich nicht gescheit landen dann hing ich am Fallschirm wurde erschossen ja sorry ja genau kannst du ja nichts für nur dieser scheiß Strommast Typel wo bist du? LRV korrigiere ich nämlich nichts LRV ich bräuchte hier einen MG schützen hinter den Hölzern war einer hinter den Hölzern war einer hinter den Hölzern war einer ja Vorsicht Javelin ich habe Smoke 1 zu 4 noch ist nichts entschieden 1 von 4 1 von 4 1 von 2 ist so Feuer hier wäre Artillerie auch nicht schlecht feindlicher Tank gesichtet ja der ist gar nicht auf uns fixiert nee der versucht den Flaggenträger zu kriegen da rennt sie da rennt sie unsere oder derer die ihre ich fahr da einfach mal rein hallo ich bleibe gibst du kurz Deckung äh ja Scheiße wir wurden mit dem Fahrzeug gekillt mit dem Werkzeug hm ich glaub jetzt ist gleich einer weg wie ja hast du nicht den Chat beobachtet da hat einer ein bisschen rumgeschimpft und hat gemeint noch einmal und du gehst Da hat er gefragt, ob es das wert wäre, du Huren Sohn, das ist ja glaub' weg. Wieso? Alter! Da sind zwei in unserer Base. Zwei in Depp. Kommst du in mein Jeep? Äh, in mein Tank? Ich hol mir die Viper. Ich hab's eh! Aaaaah, nein! I? Was bedeutet I? Naja, wird wohl der Admin sein, der... Gufall zwei, abc, ACAB, all Cups are Bastards. Hallo Gunny! Hallo Fiji! Ich hab leider schon den Druck geboten. Peinliches Dirtbike! Wo ist der? Wo ist der? Der andere Hedi! Back! Da ist er! Der Dirtkist. Drip. 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 Drip! mein heli war noch ganz aber nicht ganz kaputt und dann wurde ich erschossen entschuldigung hallo we need some repairs yeah dann fahren wir nicht so weit weg die flagge geht gerade stiften ja das möchte ich doch kurz repairen abfahrt abfahrt er glaubt sie fährt ich wurde schon wieder gewerkzeugt ich bin so schlecht geworden in dem spiel ich brauche mehr übung sollten vielleicht doch ein clan beitreten nee dann hast du wieder trainingseinheiten um die welt du fliegst lass es mich halt probieren magst du mal aussteigen nein die wird automatisch resettet ist wie ist das wie ist das der hatte sie Hab sie, hab sie. Nice. Du gibst ja weniger Gas. Take, direkt unter uns. Ja, wir müssen erstmal wegkommen hier. Aaaaah. Und aussteigen. Ja. Ich wurde am Fallschirm hängend erschossen. Was denn so früh auf? Mist. Er ist weggefahren. Boah. Sorry, war zu langsam. Das ist eh aus. Halte mich. Nein, nein. Ich war Flackenträger. Wenn ich die noch weggebracht hätte, können sie nicht pumpen. Fuck. Fuck. Ja, spawnen wir halt nochmal. Kannst ja bei mir spawnen, oder? Eindliches Team hat gewonnen. Ja. Tja. It happens. Ja. So. Ja, lol. Die meisten Punkte in unserem Timo habe ich die vielen Punkte. Ich frage mich auch gerade. Wo habe ich die Punkte her? Disable Vehicle Ribbon. Disable Vehicle Ribbon. Das kriegst du doch nur, wenn drei Fahrzeuge zerstörst. Nee, Disable. Das andere ist Destroyed Vehicle Ribbon. Ich habe MVP 3 bekommen. Jo. So, Leute. Danke, dass ihr bei uns am Rape zugeschaut habt. Bis nächstes Mal. Ja, vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.